Dächter mal Skifahren gehen. So, wir sind hier in Obergurgel und Hochgurgel natürlich. 11. Oktober ist es heute. Die Nacht hat es super hergeschnitten und wir machen jetzt einmal ein Pre-Opening. Wo man da mal einen Skifahren braucht, Benz. Auf geht's! Juhu! Ha, 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 sensationell! Geil! Sensationell geht's! Jetzt warten wir noch einen Monat oder geht's los? Oh Gott! 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 Alright, dann mal!